ja herzlich willkommen zu einem neuen let's play dirt 4 wir sind im dritten event unterwegs in der crosscard herausforderung und das ganze findet in schweden statt ja wir legen einfach mal direkt los und hoffen dass wir unser patzer vom letzten mal ausbügeln können ok konzentriere ich auf die am ende den ersten platz einen guten start hinzulegen so 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 Du kämpfst momentan auf den 6. Platz. Ich glaube, wir kämpfen um den 6. Platz, sobald die anderen im Jogger rumgefahren sind. Das wird knapp bei der Joggerausfahrung sorgen. Wir brauchen noch zwei Zehntel, damit wir uns verbessern. Das liegt nicht abmengen und konzentriere ich. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. So, weiter geht's, ins Finale haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir aber Erster werden. Die andere ist hoch. Grün. Los, los, los. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Jetzt mal besser, also reißen ich jetzt zusammen. Jetzt mal besser, also reißen ich jetzt. 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 So, geschafft. Gut gefahren, großartig. Ich mag diese Karte. So, damit haben wir das Event gewonnen. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren, liken und teilen natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, habt einen schönen Tag.